Der Auerbachshof war einer der größten und bedeutendsten Handelshöfe der Stadt Leipzig. Lage Der ehemalige Auerbachshof befand sich von 1530 bis 1912 auf dem Grundstück der Grimmaschenstraße in der Leipziger Altstadt unweit vom Markt. Geschichte 1519 erwarb der Leipziger Medizinprofessor Heinrich Stromer von den Erben seines Schwiegervaters für 3500 Gulden ein Grundstück, auf dem er von 1530 bis 1538 den Auerbachshof erbaute. Er ließ die alte Bebauung abbrechen und unter Einbeziehung mehrerer Hinterhäuser oberirdisch einen großen Gebäudekomplex errichten, der sich links und rechts um einen ca. 140 Meter langen abgewinkelten Durchgang zum Neumarkt gruppierte und aus fast 100 Messegewölben im Erdgeschoss sowie zahlreichen Zimmern, Seelen und Nebengelassen in den Obergeschossen bestand. Die älteren, schon 1438 erwähnten, mehretagigen Weinkeller im Untergeschoss baute Stromer noch aus. Sie galten lange Zeit als die größten der Stadt und angeblich sogar ganz Deutschlands. In dessen Keller befindet sich noch heute eine der traditionsreichsten Gaststätten Deutschlands, Auerbachs Keller. Unter diesem Namen wurden sie zur bekanntesten Adresse der Stadt, wozu auch die Legende von Dr. Faustus Fassritt 1525 sowie die bekannte Szene in Johann Wolfgang von Goethes Drama Fausti beitrug. Am 1. Januar 1911 kaufte der Kofferfabrikant Anton Medler den Auerbachshof. Ab 1. April 1912 ließ er die verfallende Bebauung abbrechen und vergrößerte das Gelände. Es entstand bis 1914 die Medlerpassage. Der Auerbachs Keller wurde dabei originalgetreu wieder aufgebaut und noch erweitert. Namens Herkunft Der Auerbachshof wurde nach seinem Erbauer Dr. Auerbach wie Heinrich Stromer nur kurz nach seinem Geburtsort genannt wurde, benannt.